Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchenla und schon wieder für euren Shadowlands unterwegs. Und heute würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns außerhalb von World of Warcraft verspielen können. Und zwar sitze ich da schon drauf. Das Mount schimpft sich Sarges Geschichte. Und ja, wie sich der ein oder andere bestimmt schon gedacht hat, ist das ein Mount, welches wir über Hearthstones bekommen. Wir haben hier auch schon das Hearthstone Spielbrett mit dran. Und ja, ist auf jeden Fall ein ganz nettes Mount, vor allem das Mount Special, da gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Ist ein sehr cooles. Ihr seht, hier haben wir so ein paar Funken, das fliegt so ein bisschen in die Luft. Hat auf jeden Fall was. Ja, und wie wir das Mount uns erspielen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Ihr könnt das Mount ab dem 12.10.2021 euch holen. Ich kann euch noch nicht sagen, ob Blizzard das wieder irgendwann rausnimmt. Deswegen macht es lieber früher als später. Und zwar über das Spiel Hearthstone. Hearthstone findet ihr einfach, wenn ihr in euren Battle.net Launcher geht. Und zwar haben wir hier oben einmal Hearthstone. Dann müsst ihr euch das Spiel erstmal installieren. Kleine Randinformation. Das Spiel ist komplett gratis. Also ihr müsst dafür nichts zahlen. Ihr könnt euch das einfach runterladen, wenn ihr den Battle.net Client an sich drauf habt. Dann müsst ihr das Spiel einmal starten, sobald ihr es installiert habt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal zusammen halbwegs zügig an. Es ist relativ easy. Ich habe das jetzt hier schon einmal durchgebastelt gehabt. Und will euch jetzt mal kurz zeigen, was ihr da alles beachten müsst. Beziehungsweise was wir machen müssen. Wenn wir das Game starten, zumindest war es bei mir so, dann müssen wir erstmal eine Klasse auswählen. Ich habe hier Druid ausgewählt, aber es ist vollkommen egal. Das braucht ihr tatsächlich für dieses kleine Intro, was wir haben, nicht. Also es ist vollkommen wurscht, was ihr da auswählt. Bei mir war es dann so, wir können jetzt hier ein bisschen durchskippen. Ich habe dann irgendwie 10.000 Packs öffnen können. Ich habe vor gefühlten 10 Jahren schon mal Hearthstone wegen dem anderen Mount kurz mal reingeguckt, dass man sich damals farmen konnte. Und dementsprechend war es dann so, dass ich hier alles mögliche jetzt öffnen konnte, weil ich anscheinend da ein bisschen was verpasst habe in der Zwischenzeit. Wenn das bei euch auch so ist, klickt einfach alles durch. Ist vollkommen egal, braucht ihr nicht. Sobald ihr das gemacht habt und jetzt auf diesem Startbildschirm seid, müssen wir einmal in diesen neuen Modus rein, und zwar diesen Söldnermodus. Der Söldnermodus ist nämlich das, was wir einmal in Anführungszeichen kurz durchspielen müssen. Das Ganze soll irgendwie zwischen 10 und 20 Minuten dauern. Also ich habe auch so um die 20 Minuten gebraucht. Ich bin da teilweise mit dem Klicken nicht ganz hin und her gekommen. Ihr seht hier unten ploppen die ganze Zeit irgendwelche Achievements auf, weil ich alle möglichen Packs erst aufmachen musste, bevor ich quasi jetzt hier weitermachen konnte. Genau, also ich habe jetzt auf den Söldnermodus geklickt. Und jetzt muten wir das mal. Jetzt ist es quasi so. Sobald ihr den Söldnermodus aktiviert habt, habt ihr so ein Spielbrett und ihr müsst quasi 5 Kämpfe, waren es glaube ich, gewinnen. Die sind alle ziemlich einfach. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung von Hearthstones. Diese Erklärung, die da am Anfang kommt, bringt einem eigentlich schon so weit, dass man alle 5 Kämpfe ohne Probleme schaffen kann. Also ich glaube, man kann sie fast gar nicht nicht gewinnen, sagen wir es mal so. Genau, ihr müsst dann einfach unten immer auf Spielen klicken und dann gehen diese Kämpfe los. Das lädt ihr immer erst ein bisschen. Dann habt ihr verschiedene Einheiten. Diese Einheiten sind am Anfang schon hier auf dem Deck geplaced. Die könnt ihr quasi anklicken, den Zauber auswählen, klickt den Feind an, macht das mit beiden Einheiten, drückt bereit und dann nochmal bereit. Irgendwie muss man es zweimal klicken. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht quasi der Kampf los und das macht ihr ein paar Mal, bis die Gegner halt umgehauen sind. Und das ist halt so ein Übungskampf, das ist dann ziemlich einfach. Und wenn ihr das geschafft habt, dann klickt ihr wieder so ein paar Belohnungen weg und macht halt den nächsten Kampf, bis ihr alle 5 Kämpfe fertig habt. Später ist es dann noch so, da habt ihr dann noch mehr Karten. Da habt ihr unter anderem auch Karten, die dann noch den Schaden von dem Gegner verringern. Ist aber ziemlich, also ich glaube, ich habe es teilweise auch ein bisschen suboptimal gespielt und habe jeden Kampf gewonnen, wie gesagt, das ist kein Problem. Vielleicht eins noch, später genau beim vierten oder fünften Kampf hat man die hier unten auf der Hand, dann muss man halt die quasi in Stack rauslegen, die Karten, weil man kann nur zeitgleich immer drei Karten anscheinend draußen liegen haben und eine Karte verschwindet dann erstmal hier in der Ablage, bis dann quasi eine der drei Karten von einem gestorben ist und dann kann man die quasi nachlegen. Also, ja, ist aber auch nicht sonderlich kompliziert, ne? Dann hat man quasi einfach eine auf Vorrat. Genau, und dann skippen wir jetzt mal durch bis zum Endboss-Kampf. Genau, das ist hier, glaube ich, der letzte Kampf gewesen. Und sobald wir den besiegt haben, äh, halt, jetzt habe ich zu weit durchgeskippt, sobald wir den letzten Kampf besiegt haben, kriegen wir so ein paar Belohnungen, die können wir dann auswählen. Das ist auch komplett irrelevant, was wir da kriegen, also zumindest fürs Maun, wenn ihr irgendwie aktiv Hearthstone spielt, dann mögen diese Karten für euch relevant sein. Und, ähm, ja, ihr seht, ich habe alle fünf Kämpfe fertig und jetzt können wir hier nochmal ein bisschen was auswählen, das ist aber auch egal. Und dann können wir nämlich, ähm, zu unserem Lager kommen, ne? Und das ist das jetzt hier. Und hier müssen wir jetzt nämlich ein paar Gebäude bauen. Vorher können wir noch so eine Mission auswählen, wie gesagt, auch relativ irrelevant. Und ihr seht hier an diesem Zeichenbrett, ähm, können wir jetzt insgesamt nacheinander drei Gebäude bauen und die müssen wir auch alle drei bauen, ja. Und das ist einmal, als erstes müssen wir die Taverne oder hier im Deutschen das Gasthaus bauen, das einfach, ähm, hinsetzen. Und, ähm, dann können wir die quasi anklicken und dort was upgraden, ja. Also wir haben dann einfach so eine Karte und diese können wir dann upgraden. Ich habe das am Anfang, ehrlich gesagt, äh, dauert das immer ein bisschen, bis diese Hinweise kommen. Ich habe dann teilweise Sachen nicht gecheckt. Bei einem habe ich sogar das Spiel zugemacht, wieder neu aufgemacht, weil ich nicht geblickt habe, wie ich wieder zurückkomme. Also, wenn ihr, wenn es euch auch so geht, ihr seid nicht alleine, ja. Äh, wir müssen jetzt hier halt erstmal eine upgraden, also hier einfach aufwerten, ja. Und, ähm, ja. Dann gibt es wieder einen Haufen Effekt. Ich habe extra jetzt mal den Sound hier ausgemacht, weil das war bei mir irgendwie in den Voreinstellungen verdammt laut und schon ein bisschen nervig. Dann unten einfach auf Fertig klicken, äh, und, ich glaube, dann war es auf Zurück, oder? Aber da habe ich jetzt auch wieder erst nicht ganz gecheckt, wie ich hier aus dem, aus dem Menü rauskomme. Weiter skippen. Genau, und dann können wir wieder auf das, ähm, Zeichenbrett draufklicken und können quasi das nächste Gebäude bauen, ja. So, jetzt können wir quasi das Lagerfeuer bauen. Wenn wir das gebaut haben, dann, äh, können wir es quasi auch wieder anklicken, ja. Und hier hatte ich schon das Problem, ich habe das hier angeklickt und, ähm, dann habe ich das ausgewählt und irgendwie ging das nicht weiter, ja. Ich habe hier alles Mögliche rumgeklickt und ich bin nicht mehr zurückgekommen. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo eine einfache Methode. Ich dachte, wenn ich hier auf Beenden klick, dann komme ich aus dem Menü raus. Hat nicht funktioniert. Ich habe dann das Game zugemacht und neu aufgemacht. Wahrscheinlich hätte es da eine einfache Methode gegeben. Und, ähm, dann bin ich einfach hier wieder auf das letzte Ding draufgegangen, wieder auf den Zeichentisch, habe das dritte Gebäude gebaut. Das ist dieser, ähm, Travel-Pfad heißt so im Englischen beziehungsweise auf Deutsch irgendwas, wahrscheinlich mit Reise-Pfad oder sowas. Und, ähm, das ist das letzte Gebäude, was wir bauen müssen. Das können wir dann auch gleich wieder anklicken. Und hier müssen wir quasi so eine, ähm, ja, so eine kleine Gruppe auswählen, die wir dann losschicken können. Ja, also hier, die Tosse erzählt uns einiges. Jetzt habe ich einen Ticken zu weit geskippt. Genau, also wir gehen dann auf das Gebäude. Ähm, gehen wir nochmal zurück. Ach ja, genau, ich habe hier was gekriegt. Genau, jetzt aufs Gebäude drauf. Und, ähm, dann müssen wir nämlich einen Punkt auswählen, den wir angreifen. Hier einfach das Brachland auswählen. Und dann können wir unten auf Wählen gehen. Dann müssen wir hier die Stufe 4 auswählen. Dann können wir nochmal auf Wählen klicken. Und, ähm, ja. Jetzt müssen wir quasi so eine Söldnerarmee zusammenbasteln. Und, ähm, da habe ich wie wild rumgeklickt, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe dann ein bisschen was hergestellt. Und ich habe es einfach, äh, ums Verrecken, ich glaube über 1, 2 Minuten nicht geschafft, dass das Ding hier weitergeht. Ich wollte einfach nur das, äh, fertig machen. Du kannst hier unten nämlich herstellen klicken. Und dann kannst du diese Dinger anscheinend immer bauen, ne. Du brauchst halt ein paar Söldnertruppen, dass du da weiterkommst. Und, ähm, man kann sich da anscheinend dann verschiedene Teams basteln. Ist aber alles nicht relevant. Man muss sich einfach nur eine Gruppe bauen. Und wenn man diese Gruppe gebaut hat, dann einmal auf Zurück gehen, um quasi die Truppe loszuschicken. Das habe ich aber nicht gecheckt. Habe hier versucht, 10.000 Mal rumzuklicken. Und wollte auch schon wieder das Spiel beenden. Bis ich gecheckt habe, man kann hier quasi einfach auf Zurück gehen, dann auf diese Startergruppe wählen und, ähm, dann einfach festlegen. Dann schickt er nämlich die anscheinend auf irgendeine Mission, ne. Und das ist quasi das, was ihr machen müsst. Also ihr müsst da nicht 10.000 Sachen rumklicken, wie ich das gemacht habe. Und ja, jetzt ist es, seid ihr quasi schon an dem Punkt, dass ihr, habt ihr gerade gesehen, dass das Mount quasi aufgeploppt ist. Das ist so ein Art Achievement hier. Und, ähm, ja, dann seid ihr eigentlich fertig. Wichtig, ihr müsst WoW einmal zumachen. Ihr müsst Hardstones zumachen. WoW wieder öffnen. Und sobald ihr WoW wieder geöffnet habt, dann kriegt ihr quasi so ein Geschenk, könnt es auspacken und habt dann dementsprechend das Mount. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend. Eigentlich tut das Spiel dich schon halbwegs gut durchguiden. Ich finde bei diesen Herstellsachen, da willst du dir halt alles Mögliche erklären. Und ich denke mal, die meisten werden es wie ich machen. Die wollen nur das Mount und danach Hardstone nicht mehr spielen. Also, ist es zumindest bei mir. Und deswegen war ich nur drauf verpicht, schnell durchzuklicken. Und mir war eigentlich egal, was ich da jetzt mache. Hauptsache, ich kriege fix meinen Mount und gut ist es. Aber wenn ihr halbwegs zügig seid, seid ihr eigentlich eine Viertelstunde durch. Wenn ihr wie ich, äh, euch teilweise da vergimmt, dann braucht ihr vielleicht 20 Minuten. Aber Stress ist es nicht. Gibt ein tolles Mount. Und wie gesagt, macht es lieber früher als später. Es gab nämlich schon ein paar andere Promotion, Hardstone Mounts. Ich kann mal kurz, ähm, euch das zeigen. Wo ist das Promotion? Ähm, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Ich glaube, das hier war aus Hardstone. Und dann war, glaube ich, nochmal eins, ne? Ich meine, es waren, es waren schon zwei, oder das Pegasus. Ja, hier das auf jeden Fall aus Hardstone. Okay, vielleicht war das andere auch nicht, das Hardstone Mount. Vielleicht war das auch das andere Blizzard Game. Aber die gibt's halt, oder das hier, das Pegasus Mount, meines Wissens nach, kann man nicht mehr kriegen. Und dementsprechend würde ich bei dem Maus, ähm, Mount euch auch einigermaßen schicken. Nicht, dass Blizzard das dann wieder rausnimmt und ihr euch dann nachher, im Nachhinein ärgert, dass ihr es nicht mehr kriegen könnt. Gut, das war soweit der kleine Guide zum Mount. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Äh, schreibt mir gerne mal rein, ob ihr ähnlich verwirrt wart, zwischendurch, wie es bei mir der Fall war. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten kleinen Video-Guide wieder. Euer Tila, bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.